Der Kreisjugendring Oberhavel e.V. fördert als Dachverband die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis und vertritt mit starker Stimme ihre Interessen gegenüber Verwaltung und Politik. Demokratische Mitbestimmung und historisch-politische Bildung junger Menschen liegen uns besonders am Herzen. Zum 76. Jahrestag der Befreiung grüßen wir alle, die heute gemeinsam mit uns gedenken und für ein solidarisches Miteinander eintreten. Innerhalb des Projektes Young Interventions der Gedenkstätte Sachsenhausen sind wir Kooperationspartnerinnen zusammen mit dem Impuls e.V. Geplant ist eine Woche, in der sich junge Menschen aus Oberhavel künstlerisch mit dem Gedenkort Sachsenhausen auseinandersetzen können. Wir ermutigen sozialpädagogische Fachkräfte im Landkreis Oberhavel, sich dem Thema anzunähern und beraten und unterstützen in der Projektentwicklung. Gemeinsam planen wir Projektwochen, vermitteln Referentinnen und veranstalten Gedenkstättenfahrten. Durch Projekte im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie soll Geschichte vor Ort erlebbar werden. In einem Landkreis mit zwei Gedenkstätten braucht es Projekte, die Geschichtsbewusstsein und Gegenwartsbezug zusammendenken. Hierbei sind wir gern eure Partnerin. Sprecht uns an! Anfeinigkeit